jetzt da hoch da war ja der Hund das meinte ich denn man kann ihn doch auch einfach so töten wollen wir doch gar keine Zwischenrufe für aber sei das halt lautlos dann wahrscheinlich hier aber wo geht es jetzt lang es muss einfach nicht zu lang gehen ich wusste nicht wie es anders sein soll hier hier was das hier oben schon geholt Fick dich Hund So, Hund ist ausgemacht Nein Was zum Fick Ja jetzt ab Das kann doch nicht so schwer sein Hi Hund Jedes Mal die Schriftrolle holen So Wo ist denn die Leiche? Was? Ja, okay Ich hab wohl nicht mehr genug Sprites gehabt für die Szene Wie viele habe ich denn noch von den Säckchenviechern? Ist ne Aufgabe drei Stück zu töten, lass ich von allen Hunden erschnüffeln Töte Kacan und ne Oh, Töte Kacan Töte Kacan Töte Kacan Töte Kacan Oh nein Oh, das war so dumm jetzt zu laufen Von diese paar Meter Richtig unnötig Richtig unnötig So dahin Oh, und sogar den Richtlinien gemischt Was? Ja, Mann und ungemacht Was? Nein Nicht seit... Alter, nichts sein Ernst ja und im vorbeigehen mal kurz am morgen oh der Hund ist gestorben ja der Hund ist gestorben ich weiß, Hunde dürfen gestorben, das war voll traurig heute ist mal ein Hund gestorben wenn es alle damit klarkommen what? boah knapp 3, 2, 1 nein ich bin zu weit gelaufen okay, Schutz oh, ich wollte mir die Käfer nehmen ja die Käfer, nicht die Käfer das wollte man denken, ne im vorbeigehen Hund anborden eine falsche Seite, die ach cool, wenn man hochläuft, machen wir gar nicht so diesen Special Move machen oh nein oh nein oh mein no was könnte der Spaß hier hin so 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 unverteid du bist du bist ist hier Er kommt schon der selbst hier hin, er kommt schon der selbst hier hin. So. Okay, what the fuck? Wo ist er? Da ist der Garten mit der anderen Karte. Ich fühle mich schlecht für ihn. Fast. Egal, wir machen es einfach so. Warte, geht weg. Los, hab ich den zuerst erwischt. Los, hat er um mich... Alles hat auch noch funktioniert, aber er hat mich umgeballert. Das muss entdeckt werden, weg. Das entdeckt werden muss weg. Ich fühle mich schlecht für ihn. Fast. 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 Alter, der kann einfach durchfeuern. Ich bin tot. Das sollte aber nicht passieren. Okay, er hat nur eine Ahnung. So. Nein, fahr in die andere Richtung. Spast. Einfach mal in die Richtung gefeuert. Warte, komm, komm, komm. Stimm mal bitte nicht so. So. Haben wir jetzt einen anderen Schlüssel. Ist ja noch was. Griffweißige Insekten habe ich jetzt aber leider nicht mehr. Ich kann jetzt noch hier runter und ich kann da, kann ich da überhaupt hoch? Schaut er gar nicht hoch, oder? Nee. Schaut, ich wollte erst einen anderen Leichen damit reinnehmen und ihn dann erschrecken. Ich muss hier unten lang. Also nicht gut. Ich kann mal von hier so dann da ran saufen. Und ich kann hier meine Sachen verbessern. Ich habe fünf. Plus Panzerung und das beim Laufen. Das ist so eine Sache. Nein, das hier wollte ich durch die Tür ziehen, aber da fehlt mir noch eins. Fuck it. Das Panzerung und das beim Laufen, das ist so eine Sache. Ich will sich auch eine Stange anwenden, wir haben nur eine Leiche versetzt und drücken, um die Leiche zu uns halten. Ich habe nach oben gedacht, du einen Rekker rausgeführt. Aber ich weiß nicht, was ich mir holen soll. Ne, ich mache das mit der Tür, glaube ich, oder? Boah, ich weiß es doch nicht. Oh, ich nehme das Gas. So. Und er wartet aber doch. Gut. What? Zurück. Hochbombe. Ja, ich will das jetzt haben. Oder es ist noch ein zusätzliches. Rauchbombe. Verbesserte, ach so ist es nur eine verbesserte Rauchbombe, okay. Ja, dann weiter. Weiter. Ja, auch cool. Ja. So, wie mache ich das jetzt? Da unten kommen wir noch. Nein. Schräger hoch. Ah. Bitte mal, was ich so alles auf der Karte entdecke. Richtig, chillig. Da wo? Komm schon. Ja. Ja, ja, ja. Okay, wie kann ich, warum zum Fick, halt jetzt so weiter. Ach so. Ist hier oben was? Was zum Fick? Look, there's Carnage on, hiding like a cat on this guard's stupid friend. Und was habe ich hier unten alles ausgelassen? Noi. Ah, das ist übrigens noch ein versteckter Raum. Äh. Ja, tschüss. Ich geh da mal rein. Au, au, au. Ach, das geht ja nur in diesem bestimmten Bereich, ne? Klar. Ist dann die Landen zu stören? So. Oh, da war ja gar nichts mehr. Oh, das war easy. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich muss zwei Türen öffnen. Da war schon mal ein... Also noch so ein Drehding, oder? Ich muss zwei Türen öffnen. Oh, da war jetzt mit.